Salli zahme In dem Menü oder so sind wir beide nicht Ah jetzt geht Ach du scheiße Oh geil Was ist das C? Da habe ich genau ein Auto zur Auswahl Ja Du hast eh alles hochgetunt Nee bei C hatte ich nix Scheiße Aber weiß ich was ich jetzt mache Ein 1C Auto wenigstens gescheit Ey das wird ganz gemütlicher bei mir Sag ich dir Ah ja hier Ja Mustang was er hat Ich hab den nicht Ich hab den Volvo Ja ja Der Benutzer Ich hab den Volvo Ich bin damit schon durch Tschernobyl gefahren Junge Was? Batch Fawkes Corsa Was ist das jetzt? Querfeld an Ne Checkpoint hier Oh guck mal der Wallwall Mann Guck mal der Batch steigt wieder hier Zack überall dran vorbei Also beschleunigen Ja und dann fliegt er wieder aus der Kurve Boah beschleunigen ist schon Wow Ey geh doch weg Geh doch 0 auf 50 in einer Minute Ja 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 Ah da sind sie ja Ich seh euch Ich komm am David nicht vorbei Boah der Mustang Da zieht der Mustang vorbei Oh ich weiß wo es dem Mustang gleich Achtung Batch Kurve Ja hab sie geschafft Ausnahmsweise Jetzt wartest du doch schon wieder Nur wieder drauf Dass mir kommt Plötzlich Oder? Ne Im Moment Solange ihr hinter mir seid Könnt ihr machen was ihr wollt Ja ihr zieht halt einfach davon Der Wollwall ist viel zu schnell Wie du musst Was ist das der Wollwall Wo geht das so Der Wollwall Willst du mich verarschen? Wer kommt denn mit hinterher Ich hab halt ne Beschleunigung Wie so ein Rasenmäher Ja ok Also ich damals in Ich hab nie Wir betrachten da irgendwelche Blöden Autos Ich seh euch hier nicht mal mehr Auf der Karte nur so am Rand ein bisschen dabei fall gar nicht so übermäßig weil wir gemächlich 170 networker dann hat die kolonne verlassen was ist denn bei ihm los Boah, das ist... das ist wie gut Boah, wir sind gerade mal bei 61% bei dem Streckchen Ja, Rasten ist draußen scheiße Jupp Ja, das ist... das hält voll kacke Wer soll da Rasten mal dann eins aufmachen? So wie den besten... Dann sind wir alle weg Wie ein Öfen Ich glaube jetzt nicht, dass es an dir liegt, weil ich bin ja da Naja Aber der hat doch ein gutes Internet eigentlich Ja, aber wenn irgendwas komplett aussteigt Weil es ist wirklich plötzlich Einfach boom, weg Und zwar Discord, alles auf einmal Also das ist nicht irgendwie schlechter Ping oder sonst was Also wirklich tot Und So zeitgleich alles aussteigen Okay Bettsch, hey, Auto hat was verloren Warte mal kurz Trinkst du? Ne, das ist leichter Kann ich schneller fahren, alles gut Ja, da ist eh wieder klar Ja, da ist eh wieder klar, dass du mit irgendeiner Rotzgurke klingst Ja, aber woran liegt's Was ist da? Stürzt der Rechner ab? Oder was macht der? Ne, ne, ne Äh, äh, äh Äh, Internet-Trennungen Was? Es gab drei Stück Der ist halt so eine Spiele Der fährt ja ganze 130 Ja, immerhin Wobei das ist grün jetzt, gell Ja Ach, du scheiße Ach, guck mal, dann kann ich den F 100 nehmen Ach, der ist aber richtig schlecht Egal, ich nehm den Ich nehm den Ich glaub schlechter geht nicht Okay Das war der Untergrenze 302 Kannst den nur runter Es ist ja D, also Geht bis, keine Ahnung Bis Null runter, glaub ich Uh, das ist schick Ja, aber unter 300 bist du glaub ich schon wieder in einer anderen Klasse, ne? Ne, D ist das niedrigst Niedriger als D ist nicht Okay, was habt ihr denn da? Der Bettschaltung Was sind das, ein Wolf? Ein Schirokko Ein alter Schirokko Alter, ey, das wird ja ein Ding jetzt Ey, es wird jetzt schnell So richtig Da steht wer quer Neben mir Ja, bei mir diesmal nicht Ey, was steht bei euch denn immer quer? Keine Ahnung Erwagen Ja, bei mir stehen die alle normal So, oh Gott, guckt euch das an Ich bin absolut unterste Das, oh Gott Na, der Zent, ja Oh Gott, ich wünsche euch viel Spaß Der Sam hier, der zieht hier durch Der andere bleibt stehen Ey, der ist wirklich einer stehen geblieben Ich hab das Gaspiktal nicht gefunden Was machen die da? Ich hab die 100 erreicht Der Meer fällt ein Das ist doch Normale Straße jetzt Aber es war das Grüne Boah, ein Rausch der Geschwindigkeit Kommt mal an Meiner schafft keine 160 Ich bin bei 140 Ja, die hab ich jetzt auch Aber 130 157 war Max Ich weiß nicht, soll ich vor die Kurven abbremsen Wenn man nicht das sieht Ja Was machen die denn hier? Alter Was fabriziert ihr da? Was fabriziert ihr da? Ich weiß nicht Scheiße Alter, wie deine Karre abgeht Ich hab das Checkpoint verpasst Oh Zurecht Ja, der Batsch ist natürlich wieder erst Ey Batsch, kannst du mal vorm Ziel warten, dass wir zumindest noch reinkommen? Äh, je nachdem wann Gegner kommen Ich seh die nicht Ich weiß noch nicht mal wie weit die hinter mir sind Die sind Die sind direkt vor mir Weiter und dritter Sicher? Ja, ich bete mich gerade mit denen Du bist, du bist, ja, ich seh's Ey Batsch, was war überhaupt mit deinem Platzierungsoverlay los? Stimmt das wieder? Das war ja voll auf der Straße in dem Video heute Ja, das ist Weil ich ja den Ultra-Widescreen hab, hab ich meine Anzeigen mehr zentriert in der In der, ähm, in den Einstellungen Oh shit, oh shit Und, äh, mit dieser komischen Platzierungseinstellung, die im Singleplayer nicht da war Mahlzeit War das nicht so spielbar Aber jetzt ist es schön weit rechts am Arsch der Heide, so dass ich nichts mehr seh davon Ey Batsch, die zieh mir grad so ein bisschen davon Oh oh, okay Aber so weit vorne Aber so weit vorne bist du auch nicht Nö, nö, ich fahr hier auch den letzten Brunst zusammen, keine Sorge Hab ich schon erwähnt, dass ich letzter bin, wenn da einer scheiße wäre, bin ich Du hast einfach ein Rasenmäher, das ist was anderes Alter, ich fahr hier aber auch, jetzt einfach mal so quer durch die Pampa Da, oh Gott, da kommt der Nächse Oh ja, ich seh's ja hinter mir, also da kann ich nicht wirklich warten Ich kapier das nicht Warum das grün ist, weiß ich ja nicht Grün sind eigentlich Offroad Meines Erachtens Ja, vielleicht kommt da noch ein Offroadbad Ne, 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 also mit dem, mit den Flammen und so, das ist definitiv ein Street Race Ja War das vielleicht eine Nähe? Weil ich hab hier voll den Zweikampf mit dem vierten, das darfst du keinem erzählen So, ich mach jetzt mal langsam Vierter, fünfter Battle Und wenn ihr schon mal wieder Plätze gut macht, direkt den Checkpoint verpasst Also ich roll hier ins Ziel, ohne Gas zu geben, gell? Ja, warte, 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 warte Ich komm an den dritten nochmal ran Oh ja, komm, komm Ja, ich bin drinnen, sorry Also ich bin wirklich nur reingerollt, ohne Gas geben, am Ende 25 Sekunden, da komm ich niemals nur irgendwo hin Ah, beim Rasten sieht's schon besser aus, die Rechtskurve und dann geradeaus Ah, aber den krieg ich nicht, ey Ne, ich kann schon was, den krieg ich nicht Das war eine gemütliche Fahrt Ja Das war echt sehr gemütlich Also das nächste mindestens C, bitte Mindestens C Du hast gesagt irgendwas zwischen A und C Und jetzt meckert er wieder rum Ah, zwischen A und D Und jetzt sage ich zwischen C und A oder A und C Ich wünsche euch Ciao, Zahra